Es gibt ein paar wichtige Punkte, welche Sie nach einer Linsenimplantation, nach einem Linsentausch oder nach einer Grauenstauoperation beachten sollten. Dies gilt, um die richtige Wundheilung zu fördern und um das Entzündungsrisiko so niedrig wie möglich zu halten. Dies gilt für die nächsten drei bis vier Wochen. Bitte vermeiden Sie das Heben von schweren Gegenständen. Bitte vermeiden Sie eine rauchige oder staubige Umgebung. Bitte vermeiden Sie das Augenreiben oder das Augenquetschen. Bitte vermeiden Sie Schwimmbäder, Spa oder Sauna. Bitte tragen Sie die Sonnenbrille, die wir Ihnen mitgeben, für die Zeit nach der Operation, insbesondere falls Sie empfinden, dass die Lichtempfindlichkeit etwas erhöht ist. Gehen Sie keinen intensiven Sportaktivitäten nach und für die Damen, bitte vermeiden Sie das Make-up und das intensive Eincremen direkt im unmittelbaren Bereich der Augen. Falls Sie irgendwelche Aktivitäten betätigen, welche zu einer erhöhten Kopferschütterungen führen, bitte versuchen Sie diese auch zu vermeiden. Es geht letztendlich nur um die Sicherheit nach der Operation und damit die Wundheilung so gut wie möglich verläuft.